Ihre Töchter freuen sich über einen Bruder, Niki Rothschild hat bei Instagram die Geburt ihres Sohnes verkündet. Niki Rothschild, 38, hat bei Instagram bekannt gegeben, dass ihr drittes Kind geboren wurde. Wir sind offiziell zu fünft. Willkommen auf der Welt, süßer Junge. Mama, Papa und deine großen Schwestern könnten nicht glücklicher sein, schrieb sie zu einem Schwarz-Weiß-Foto, auf dem sie noch mit Babybauch und mit ihrem Ehemann zu sehen ist. Das genaue Geburtsdatum oder den Namen ihres Sohnes verriet Rothschild nicht. Das Paar hat bereits zwei Töchter. Niki Hilton ist seit 2011 mit James Rothschild, 37, einem Erben der Rothschild-Familie, liiert. 2015 heirateten die beiden in London. Im Juli 2016 kam die erste Tochter des Paares zur Welt, im Dezember 2017 die zweite. Anfang Februar 2022 gab Hilton via Instagram bekannt, dass sie und Rothschild ihr drittes Kind erwarten. Im Mai feierte die 38-Jährige die bevorstehende Geburt mit einer luxuriösen Baby-Shower-Party. Schwester Paris Hilton, 41, war Gastgeberin und sorgte für die passende Deko mit hunderten hellblauen Luftballons und Stoffbären. Sie teilte Fotos des Events mit ihren Instagram-Followern und schrieb dazu, Ich kann es nicht erwarten, meinen Baby-Neffen kennenzulernen.